gesunken habe ich das gefühl gehabt ich glaube der lenkt die steuer gleich zu uns hin ja vielleicht müssen wir wissen sobald ein größerer zu dir kommt ja vielleicht müssen wir auch bis in die ortschaft erkunden wir dürfen uns auf jeden fall nicht rennen und nicht verirren jetzt verlaufen also du kannst es wirklich nicht einfach wegrennen das waren es nur drei vier stück oder kommt ein fetter ja ich bin nur über diese scheiße hier gestolpert also was ist das hier ja ich glaube die haben vielleicht haben sie sich bisschen weiter weg war krochen wobei der gesagt hat die steuerte zu uns hin aber wenn er die steuern kann kann die vielleicht auch ein bisschen verstecken weil ich glaube wenn wir fertig werden ich habe bestimmt uns bescheid gesagt oder so ja ich glaube es war ein starkes schlag auf jeden fall ich glaube das steuert die immer so dass sie von hinter uns kommt also nie zu lange in eine richtung ja der will natürlich hier ein bisschen spannung reinbringen beziehungsweise was war das irgendein knall ist es der knall zu dass wir es geschafft haben oder dass jetzt die richtige armee kommt oder guck mal da vorne man da kommt die armee oh nein ach du scheiße alter ok los gehts los gehts ab okay ja Nein, da ist nur einer. Der kann mich überraschen. Ja, das ist wirklich... Wir sind doch rasant schnell. Ich frage mich immer noch, wie stark die sind. Was ist, wenn die uns nicht berühren? Sind wir dann tot? Ich würde es nicht ausprobieren. Ich auch nicht. Das ist echt ein Vergnügen. Na ja. Da kommen noch welche. Ja. Wo geht der denn hin? Alter. Diese fetten Schweine. Die sind immer wieder voll einzig. Von der Seite. Aber jetzt müssen wir es doch bald geschafft haben, oder nicht? Ich hoffe es nur. Da hinten kommen die drei. Oh oh. Schaffst du die? Ja. Zack. Zack. Wo geht der denn hin? Sehr schön. Der wollte um mich herum fliegen, irgendwie. Jetzt müssen wir... Das könnten so lange alle gewesen sein, oder? Ja. Ich hoffe es nur. Da hat mich auch ge... Was mit diesen Elementen eigentlich ist. Beziehungsweise sehen die aus, oder was? Meinst du, der meint das ernst mit meiner Halsfasse? Weil das ist einfach nur so ein... BAM. Ist ja nicht mal... Halt. Also... Wenn du es ausprobieren willst, aber ich hoffe nur, dass es nicht so stark ist. Er hat ja gesagt, ich sterbe nicht, also... Ja... Ich meine, er ist schon wieder... Du willst sowieso sehen. Probier es mal. Okay. Jan? Ist es okay? Ist es okay? Es hat wohl doch nicht geklappt, oder? Ist es? Was? Ah... 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 Ist alles okay? Das war ein ziemlich starker Stromschlag. Okay. Ja... Ich glaube, das sollte mir passen nicht auf rein. Ah... Ich weiß ehrlich nicht, wo der ist. Ich glaube, der... Ja, der hat es bestimmt mit Fernsteuerung gesteuert. Irgendwie... Ah... Scheiße... Das sollte mir nicht nochmal ausprobieren. Ne... Definitiv nicht. Ah... Puh... Ich hoffe, du heizt dich schnell aus. Ich werde jetzt hier noch... Weil wenn jetzt hier noch Geiste kommen dazu, dann wäre es halt wirklich die... Weg. Hör mal kurz. Ja... Da unten, diese Krähe... Schaut ihr überhaupt mal in unsere Richtung? Ich habe die vorhin schon gesehen. Aber was ist... Hat sich mit der Krähe auf sich? Vielleicht... Hat sie das erste Element verschluckt? Oder weiß ich, oder... Aber eigentlich müsste es ja kommen. Wir kommen, der hat doch gesagt. Du bekommst es. Ich habe verreist es noch nicht, was mir diese Krähe ist. Okay. Hier geht's nicht gut. Ach du Scheiße. Hat er jetzt noch zugelegt mit der Kraft, oder... Das fängt an, mit ihm zu tun. Mehr als vorhin. Ja, was machen wir jetzt dagegen? Ja... Kann ich dir irgendwas betun dagegen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war eine Straftat, das wir gemacht haben, oder? Wir sollten nie mehr sowas machen. Das kann sehr böse enden. Ja... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich sehe Krähe, Alter. Okay. 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 Die rührt sich kein Stück. Die rührt sich nicht. Mit einem Kaffrei. Das wird auch ein Kaffrei. Das wird immer ein Kaffrei. Das wird nicht mehr. Aber man kann die Brüse auch schon mal dabei sein. Ich suche auch mal. aber die guckt doch in die richtung was ich kann sprechen lebst du noch ich habe ich habe glaube ich das erste element die krähe die konnte sprechen ich habe zwar nicht groß getroffen aber die krähe die hat die hat mir irgendwas gesagt davon dass das erste element nun bei mir zu hause an der uhr hinzu schon dran ist jetzt hinzugefügt wurde hat nur ja dass ich die dass wir beide die mission tapfer bestanden haben und element haben zuerst freigeschaltet haben aber wenn er gesagt hat tapfer bestanden nicht so hatte die krähe hat nichts davon gesagt dass also versucht das abzuholen ich hoffe jetzt geht es bald wieder geht es dir wieder gut die frau da hinten beobachtet mich schon die ganze zeit die frau da hinten guckt mich schon die ganze zeit an ich wurde kräos jetzt haben wir das geschafft aber jetzt was ist jetzt mit dir ich kann das kräos